Wer The Voice of Germany aufmerksam verfolgt, hat schon länger festgestellt, dass dort am Gesang der Kandidaten nachträglich oder vorträglich rummanipuliert wird. Man faked also die Gesangsleistung der Kandidaten, um sie besser dastehen zu lassen, als sie tatsächlich sind. Das funktioniert aber nicht bei allen Kandidaten, beziehungsweise bei manchen erzeugt es genau das Gegenteil. Bestes Beispiel ist hier aktuell die Leistung vom Tai Schmetmann, der starke Schultersang. Was widerwärtig ekelhaft effektiert war und einfach nur schrecklich klang vom Stimmsound. Lustigerweise das Unplugged, was er für die Homepage gemacht hat, wo eben keine Effekte auf der Stimme sind. Stitches nennt sich das. Da, wunderbare Stimme, schön geschmeidig, wirklich richtig geile Stimme. Klingt super. Und die hat man sozusagen mit diesem Nachbearbeiten der Stimme, was eigentlich bei jedem Kandidaten mehr oder weniger gemacht wird, hat man einfach die Gesangsleistung so versaut, dass es widerwärtig klang. Dass dem so ist, kann jeder selbst nachprüfen, indem er auf der Homepage The Voice of Germany die beiden entsprechenden Songs, die ja da hochgeladen sind, sich anhört und mal genau die Gesangsstimme des Tai vergleicht. Bei Stitches und bei starke Schulter. Bei Stitches und bei Stitches und bei Stitches und bei Stitches. Vielen Dank.